Im Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leuchtet, Rutschen-Eden. Hey, Hendricks, wo sind wir nochmal? Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von dem, wie ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier in der Quarantänezone. Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operation vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuiert wurden. Soll, warum die Dummler sind bei dir? Wird auch subzieht vom dortigen Verbrechersyndikat regiert. In 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Koalessensanlage forderte 300.000 Obfach. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstummen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet in uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen und Technikschmuggeln. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Junge, wenn wir bei dir sind, dann Lungas oder eben mit dem FIFA rum. Also, kann ich jetzt auch noch eine Runde spielen, du Affe. So, jetzt spiele ich mal eine Map, die ich noch nicht gespielt habe. Aquarium. Mom. Oh Mann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Ich? Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur... Himmlisch. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Okay, griselt Platz zu einer Runde ein. Okay, dann auf ans Werk. In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtiggehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggewegt wirst. Kane, wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendricks. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks-Transport fertig. Wieso greifen die Immortals ein Elendswaffe an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP teilen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Wir warten auf Informationen über einen drohenden Angriff. Aber hier müsst rein und sie abfangen. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Oh man, schreie nicht so, jetzt geh einfach. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zeit. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Ja, ich gehe gleich noch mal ein bisschen raus. Wow, wow, Hendricks. Spiele eine Runde. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Wir müssen in Deckung gehen. Los, Kranaten nützen da nichts. Achtung, ein Kampfwagen kommt. Die armen Leute. Feinde im Gebäude. Zweiter Stock. Ausschalten. Schnell. Nimm den Spamwerfer. Komm, mach den Mistherrn. Bin dabei. Ich muss den Mistherrn. Ich muss den Mistherrn. Ich bin dabei. Ihr habt die Müll. Ihr habt die Müll, was geht? Ich bin dabei. 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 Nicht an! Alles sicher! Das war ein verdammt harter Bursche. Daran zweifle ich nicht. Die Mortals kommen da draußen an quasi jede Waffe und Ausrüstung ran. Der Supersturm wird immer verheerender. Je höher wir kommen, platziere gleich den Bolzentreiber und halte dich gut fest. Wir winden im Zug. Sette den Bolzentreiber ein. Bolzentreiber, jetzt! Fechthalten! Hallo? Benutzen den Bolzentreiber! Grünes Licht für den Drohnenangriff. Aktiviert. War das jetzt ein Boot? Lol. Der Supersturm ist zu stark. Der Sturm wird nur noch stärker. Scheiß drauf. Booten, die fließen können. Hendrix, Position halten. Die Wellen sind ein Problem. Halt den Bolzentreiber bereit. Die Wellen kommen. Benutzen den Bolzentreiber. Ja. Wenn du noch Archiven hast, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Verstanden, Hendrix. Verstanden, 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 Verstanden. Verstanden, 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 Verstanden. Oh mein Gott, Alter, das ist ein Kriegskochtab. Ich bin dabei weg. Die Sicht verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Der schnauert und der schnauert auf den Schlüssel. Die schnauert und den Laufkopf war für die ganze Zeit. Die Schlüssel nur ein갔 bei einem Schlüssel. Der vermischen Schlüssel ist im Schlüssel auf den Schlüssel. Die Schlüssel und die Schlüssel haben. Was ist das? 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 Was ist... Was ist das?